Das ist ein Hotspot, da liegt alles voller Munition seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Bis heute hat hier keiner aufgeräumt, es liegt seit Jahrzehnten hier, keiner kümmert sich drum. Die erste Antwort ist, es gibt keine Munition, ich kann sie nicht sehen, ich sehe diese schöne Läcke, wie kann man da Munition? Die Realität ist, sie sind da, und wir payen einen Preis für sie.